In die Suppe spucken und eine dieser begehrten Medaillen für sich zu beanspruchen. Oder ist es vielleicht Emir Dridi? Fertig. Martike, Dridi, Dayana, Inglin, Hussein, Brandt, Martike und Wittmer. Das die acht Athleten, die unterwegs sind und sehr, sehr schnell gestartet. Wie immer Dani Brandt im Gleichschritt mit Karim Hussein und Sales Inglin. Er wird schon eingeholt von Mattia Dayana. Von ihm haben wir gestern gesehen, dass er auf der letzten Gerade sehr stark war. Kann er das heute noch einmal auspacken? Hussein führt. Hussein vor Brandt, 120 Meter vor dem Ziel. Inglin gegen Dayana und Bronze. Vorne ist es Karim Hussein, der wegzieht. Dani Brandt auf Platz zwei. Sales Inglin auf drei. Dayana auf vier. Hussein zieht durch. Was gibt das für eine Zeit? 49, 21 für Karim Hussein. Ein Befreiungsschlag für ihn. Er läuft sich in Form. Karim Hussein, der Vorjahressieger. 49, 74 war seine beste Zeit in diesem Jahr. Die hat er verbessert auf 49, 21. Karim Hussein vor Dani Brandt und Sales Inglin. Die Papierform, die ist eingetroffen und somit ein Clean Sweep für die Zürcher. Alle drei Medaillen haben sie abgeholt. Zielgerade hier noch einmal. Karim Hussein zieht das durch. Dani Brandt an der letzten Hürde hat er noch angeschlagen, aber auf Platz zwei. maio Dem omin. Fertig an, etwas leurs Reden im Fertig an der breiten Telefonat, die sind Teilnahme und vom Rundführer der Gegenstand her. Vielen Dank.